Materials World, der Podcast des ZFM. Mein Name ist Peter Klar. Mich interessiert alles, was klein ist und auch kleine Dinge wie kleine Satelliten und auch kleine Satellitenantrübe. Mein Name ist Peter Schreiner. Meine Forschung konzentriert sich auf eine ganz einfache wie verrückte Frage, kann man mit Diamanten durch den Weltraum fliegen? Hallo und willkommen zum Podcast Materials World. Der Podcast des ZFM. ZFM steht für Zentrum für Materialforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Am Mikrofon ist Martin Schäfer. Ich bin Journalist in Mittelhessen und führe Sie und Euch heute durch das Programm. In dieser Folge wollen wir zwei Themen zusammenbringen, nämlich die Forschung vom Ursprung des Lebens. Dafür steht Prof. Peter Schreiner aus der organischen Chemie der JLU sowie die Weltraumforschung, die Prof. Peter Klar in der Physik der JLU betreibt. Wir hatten jetzt kurz davor schon ziemlich viel Spaß, weil nämlich beide Forscher was mitbringen sollten, nämlich ein Geräusch, was ihre Forschung charakterisiert. Und das scheint jetzt relativ ziemlich spannend zu werden. Deswegen vielleicht erst mal an Herrn Klar. Was haben Sie uns denn mitgebracht für diesen Podcast? Das hören Sie jetzt gleich. Okay, das scheint also hier das Nichts in Gänze zu sein, geräuschlos, kein Geräusch. Kann es das geben, etwas ohne Geräusch? Im Weltraum gibt es keine Geräusche. Das heißt, all das, was man hört bei Star Trek, Star Wars, den Sound der Roundschiffe, das gibt es eben nicht wirklich. Dann sind Sie ein ganz kritischer Cineast. Musste ich mal sein. Mussten Sie mal sein. Genau, was verbindet das mit Ihrer Forschung? Ja, ich bin von Hause aus Festkörperphysiker, aber bin dann auch zu elektrischen Raumfahrtantrieben gekommen. Etwas, was in Gießen eine ganz lange Tradition hat. Und es gibt eben da sehr viele Bezüge. Also ein elektrischer Raumfahrtantrieb ist eine Ionenquelle. In einer Ionenquelle wird ein Plasma erzeugt. Das heißt, von neutralen Atomen, die man als Treibstoff dort einlässt, in die Plasmakammer, werden Elektronen weggenommen, sodass man eben dann geladene Teilchen in dem Plasma hat, nämlich die positiv geladenen Ionen und die Elektronen. Und diese Ionen, die werden dann extrahiert und von der Ionenquelle wegbeschleunigt. Und das ist so, wie wenn man etwas wegwirft. Das ist dann die Impulserhaltung. Insbesondere das dritte Newton'sche Axiom, Axio gleich Reaktio, dann kriegt man einen Rückstoß. Entschuldigung, das heißt im Weltraum, da ist zunächst mal nichts, da sind keine Geräusche, aber auch sonst nichts, keine Materie, aber der Antrieb funktioniert trotzdem. Der Antrieb funktioniert trotzdem. Der Raum, man ist eigentlich vom Vakuum umgeben. Im Prinzip ist da kein Medium, was den Schall transportieren kann. Deswegen ist Raumfahrt eigentlich, wenn man erstmal im Weltraum ist, geräuschlos. Gehen wir mal zu Ihnen, Herr Schreiner. Was haben Sie uns als Geräusch mitgebracht? Ja, ich habe etwas mitgebracht aus meiner Kindheit. Ich darf es kurz vorspielen. Das soll es gewesen sein. Wer das erkennt, der ist mindestens etwa 50 Jahre alt. Und es ist das Geräusch, was mich verbunden hat mit Raumschiff Enterprise, meine Lieblingsserie, damals wie heute. Und einfach aus dem Grunde, weil man da neue Dinge entdecken kann, und das ist ja im Herzen der Naturwissenschaften. Naturgesetze aufklären, kennenlernen, was stabil ist in ungewöhnlichen Umgebungen, wie diesem Vakuum, das Peter Klar gerade beschrieben hat, was da so alles rumfliegt. Und wie man denn neue Welten erkunden kann und wie Leben dort draußen denn aussehen könnte, jenseits dessen, was wir auf der Erde kennen. Und erkunden Sie neue Welten im großen Kosmos oder im kleinen Detail der Atome, der Moleküle? Ja, das war anfangs nicht klar. Letztlich aber bin ich dann auf die Moleküle gekommen, weil die ein bisschen greifbarer schienen als der Kosmos, der dann doch in seiner Unendlichkeit schwer zu erfassen ist. Und dann waren es die konkreten Moleküle, die ich mir ansehen wollte und die Frage stellen wollte, wie kann es sein, dass aus Sternenstaub dann plötzlich Leben entsteht? Was passiert da zwischendurch? Und warum ist dieses Leben so empfindlich, dass wir uns mit einer Raumschiffhülle schützen müssen? Kann es denn auch anderswo existieren, auf anderen Welten und wie sind die beschaffen? Und das Interessante dabei ist natürlich, dass man als Prämisse weiß, dass die Elemente des Lebens für das ganze Universum gleich sein müssen. Es gibt also sicherlich keine anderen Elemente als die 92 stabilen, die wir kennen. Denn das heißt, mit diesem Sternenstaub, dem Alphabet des Chemikers, dem Periodensystem, muss alles Leben entstehen. Und dann darf man fragen, wie kann das gehen und wie kann man das vielleicht besser verstehen und auch zum Beispiel anders leben als das menschliche Ergründen? Ich schätze, sich entwickeln. Das Leben ist ja relativ unwahrscheinlich, weil die Bedingungen im Universum sind ja extrem. Das heißt, die Bedingungen, unter denen Weltraumantriebe funktionieren müssen, sind extrem. Aber auch, wie Leben entstehen kann auf molekularer Basis, ist ja auch eine extreme Geschichte. Deswegen, ich versuche jetzt die Brücke zu bauen zwischen beiden Disziplinen. Wie kommen Sie jetzt von Ihren Grundlagenbetrachtungen zum Ionenantrieb? Also grundsätzlich natürlich könnte ich von hinten her das Ganze erklären, dass wir natürlich auch Ionenquellen benutzen, um Moleküle zu identifizieren. Also das ist das verbindende Glied natürlich. Und dann fragt man sich, wie können Moleküle unter Extrembedingungen, also im Weltraum haben wir so eine mittlere Temperatur von etwa 3 Kelvin, also extrem kalt. Und bei diesen Temperaturen fragt man sich, wie kann da überhaupt was passieren? Normalerweise sollten da gar keine chemischen Reaktionen stattfinden oder nur ganz wenige, weil solche chemischen Reaktionen immer ein bisschen einen Schubs brauchen, eine kleine Energie, die sie über den Berg bringt, dass sie dann ins Rollen kommen, wortwörtlich. Und die erste Frage, die sich also stellt, was passiert bei diesen tiefkalten Temperaturen mit chemischen Reaktionen? Können die überhaupt ablaufen, so wie man sich das normalerweise im Reagenzglas in der Flüssigkeit vorstellt? Die Antwort ist nein. Wir müssen also nach einer neuen Chemie suchen. Gleichwohl stellt sich die Frage beim Ionenantrieb, welche Moleküle sind denn überhaupt geeignet? Welche sind denn stabil genug unter diesen Bedingungen, um dann einen gewissen Rückschub zu erzeugen? Das sind Fragen, die dann direkt korrelieren mit den Arbeiten von Peter Klar. Genau, da kommen Sie ins Spiel. Wie funktionieren denn die Ionenantriebe heute und wie soll es denn in Zukunft mal gehen? Ja, alle Raumfahrtantriebe funktionieren in gleicher Weise, nämlich basieren auf dem dritten Newton'schen Axiom. Das heißt, Aktion gleich Reaktion, es wird etwas weggeworfen und man bekommt einen Rückstoß. Das gilt sowohl für die chemischen Antriebe, mit denen man von der Erde startet, also wie die großen Triebwerke der Ariane 5 oder Ariane 6, wo man riesige Schübe erzeugt, Schübe im Mega-Newton-Bereich, also Millionen Newton. Ein Newton ist eben die Einheit der Kraft, die Gewichtskraft von einem Kilogramm sind zehn Newton. Und eben auch dann im Weltraum selber, wo man dann diese elektrischen Antriebe nutzt, wo man aus einem Plasma, also das man erzeugt hat, in einem Gefäß, also geladene Atome und Elektronen, die Atome extrahiert und wegbeschleunigt. Und diese wegbeschleunigten Atome tragen eben Wasser weg und Masse mal Geschwindigkeit ist der Impuls. Und der Impuls bestimmt letztendlich den Schuh. Und es ist eben so, dass in diesem Impuls Masse mal Geschwindigkeit drin steckt und die Geschwindigkeiten, die man bei Ionentriebwerken erzielen kann, eben Faktor 10 größer sind als bei den chemischen Antrieben. Und deshalb kann man eben mit so einem kleinen Ionentriebwerk mit der gleichen Masse den zehnfachen Schub erzeugen. Die Schübe sind da viel kleiner, wir reden dann nur noch über Newton, also es ist keine direkte Konkurrenz da. Man wird nie mit einem Ionentriebwerk von der Erde starten können. Aber im Weltraum sind diese Langläufer eben unwahrscheinlich gut geeignet. Naja, alles was man im Weltraum nutzt an Materialien, muss eben auch mit den harschen Bedingungen dort zurechtkommen, mit diesen extremen Bedingungen, den tiefen Temperaturen einerseits, aber auch wenn man exploriert im Weltraum Richtung Sonne fliegt, zu den sonnenäheren Planeten, dann kommt man natürlich auch sehr schnell zu sehr hohen Temperaturen oder auch in chemisch aggressive Atmosphären. Und da kommt es natürlich schon auf die Wahl des Materials auch an, weil es wird niemand da hochgehen und das Raumfahrzeug reparieren in der Regel. Das heißt, Materialwissenschaft und Hochleistungsmaterialien sind immens wichtig für die Raumfahrt. Sie suchen ja am Zentrum für Materialforschung nach dem, ich sage mal, idealen Treibstoff oder dem perfekten Treibstoff. Derzeit sind ja schwere Atome wie Xenon oder andere en vogue. Das verbinden Sie auch mit dem Begriff der Nachhaltigkeit, denn Xenon ist knapp, mitunter vielleicht auch teuer. Ja, Xenon ist ein guter Treibstoff für Ionentriebwerke, weil es eben eine große Masse hat. Und es geht mit relativ wenig Energieaufwand zu ionisieren und das ist eben auch noch inert, also nicht chemisch aktiv und reagiert nicht mit der Umgebung. Das macht es zu einem guten Treibstoff erst mal. Aber das ganze Xenon, was man benutzt, kommt eben aus der Luftverflüssigung und da ist nicht so viel Xenon drin. Das heißt, die Vorräte auf der Erde sind eigentlich knapp. Und im Moment sind die elektrischen Raumfahrtantriebe wirklich en vogue und stark im Kommen, werden viel stärker genutzt und die Preise für Xenon steigen. Also man ist jetzt sowas bei 1000 Euro pro Kilogramm, so um den Dreh. Was man aber braucht für so ein Satellit sind mehrere hundert Kilogramm, wenn man den in den geostationären Orbit bringen will und dort betreiben will. Und das geht natürlich dann ins Geld. Und die Preise werden eher steigen als fallen, deswegen sucht man eben nach Ersatz. Und wenn man in das periodische System, was der Peter Schreiner schon erwähnt hat, reinschaut und diese 92 vielleicht geeigneten Elemente durchgeht, dann wird man finden, na so richtig, der Knaller ist nicht dabei. Das heißt, man kann da einen Schritt weiter gehen und sagen, ob man nicht aus diesen Atomen was anderes zusammensetzen kann, was vielleicht besser geeignet ist und ähnliche Eigenschaften hat. Und das war unsere Motivation eigentlich. Warum nicht Moleküle nehmen statt der Atome und die dann zu optimieren? Das hat mich natürlich gleich irritiert. Für mich sind Moleküle irgendwie zerbrechlich, also nicht so stabil wie jetzt ein festes Atom. Häusche ich mich da? Ja, grundsätzlich zerbrechlich dann, wenn die Temperaturen zu hoch werden, dann fliegen die gerne auseinander. Aber man kann die Frage umgekehrt stellen, welche Moleküle sind denn besonders stabil? Und das sind, unter den Bedingungen, die wir kennen, ist es natürlich Graphit. Das ist aber kein Einzelmolekül. Das ist ein Schichtmaterial aus Graphen als Einzelmolekül. Und wenn ich so ein einzelnes Graphen nehme, dann ist das schon wahnsinnig stabil, aber lange nicht so stabil wie ein anderes Molekül. Und das ist ein Diamant. Diamant ist deshalb natürlich tief in der Erde und kommt dann auch manchmal an die Oberfläche, damit es ein Schmuckstein wird, weil er so stabil ist. Wir sagen, dass der ist wärmestabil, thermodynamisch stabil. Und Peter Klar und ich haben uns genau diese Frage gestellt. Ja, wenn es denn diese stabilen Moleküle gibt, dann warum kann man die nicht nehmen für einen Antrieb? Das heißt, Sie sagen Diamant als Treibstoff. Ja. Hört sich kostspielig an. Hört sich kostspielig und sehr verrückt an. Jetzt muss man dazu wissen, dass es natürlich verschieden große Diamanten gibt, und die am Finger, das sind natürlich die wirklich ganz tollen, die haben wir alle gern. Aber als Chemiker muss man da kleinere Brötchen backen. Und diese kleinen Brötchen heißt, man guckt, was im Erdöl drin ist. Und das ist in der Tat so, dass in Erdöl und Erdgas sind klitzekleine Diamanten drin. Wir nennen die auch Nanodiamanten oder Diamantoide, also die Diamantähnlichen. Und das sind von der chemischen Struktur Moleküle, die genau den Diamant darstellen, nur viel weniger Atome haben, deswegen viel kleiner sind und sich deshalb lösen in Erdöl und Erdgas. Die können wir von da aus extrahieren und damit Chemie betreiben, was einen ganz großen Vorteil darstellt. Denn jetzt können wir im Gegensatz zu einem Element, wie es das Xenon ist, einem Atom, daran kann ich wenig basteln, außer Elektronen rauswerfen, kann ich bei einem Molekül die Eigenschaften durch chemische Synthese ändern. Das heißt, ich kann es größer machen, ich kann seine elektrochemischen, seine fotophysikalischen, seine physikalischen Eigenschaften stark verändern, indem ich das als Chemiker bearbeite. Was hat denn Xenon im Vergleich zu Kohlenstoff und mehreren Kohlenstoffatomen, also was hat das für eine Massezahl, dass man das ins Verhältnis setzt? Man kann das genau anpassen, man kann auf die genau gleiche Massezahl kommen. Also eigentlich möchte man, wenn man die physikalischen Gleichungen anguckt, möchte man dahin kommen, dass man möglichst schwere Einheiten hat, die man wegwirft oder im elektrischen Feld beschleunigt. Je schwerer das ist, desto schwerer ist es eben dann auch in die Gasphase zu bringen, was man im Plasma eben braucht, um das Plasma zu erzeugen. Deswegen ist so Xenon-ähnliche Masse schon sehr gut. Das heißt, wie viele Kohlenstoffatome sind das? Also wie groß ist denn das Kohlenstoffpäckchen oder der Cluster oder der Diamantoid? Also wir haben eine Masse von 136 Gramm pro Mol. Das ist also in der Größenordnung von Xenon. Das ist für einen kleinen Diamanten, den kleinsten, die es gibt, dem Adamantan. Das sind zehn Kohlenstoffatome und 16 Wasserstoffatome. Und der Trick hierbei ist, dieses Molekül, wie auch seine nächstgrößeren, ist kugelförmig. Das heißt, wenn ich mir die so schematisch nebeneinander vorstelle, ein Atom eine Kugel und ein Molekül mit seiner Elektronen wirkt, auch ungefähr eine Kugel. Das heißt, von den Eigenschaften von der Seite aus gesehen ist es schon mal geeignet. Das Wesentliche ist natürlich die thermische Stabilität, aber mit zunehmender Masse, wir können das natürlich immer schwerer machen, dann hört es auch auf zu fliegen. Das Antriebsgas, kann man sich ja vorstellen, muss auch irgendwie in die Gasphase kommen und von dort aus dann über den Injektor natürlich ionisiert und ausgestoßen werden. Und ich kann natürlich nicht leicht Steine zum Fliegen bringen. Das heißt, die können nicht unendlich groß werden. Und das können wir aber alles einstellen. Also die Form, die Stabilität, die Vergasungsmöglichkeit und so weiter. Eine kuriose Frage an Sie, Herr Klaar, jedes Treibstoffmolekül muss ich ja in den Orbit mitnehmen. Gibt es da eine Lösung oder wäre das Zauberei? Nö, also es gibt verschiedene Ansätze. Also klar, man muss alles mitnehmen zunächst mal in einem Tank. Und da sind natürlich die Adamantanen, hat da auch große Vorteile, weil das als Feststoff vorliegt und dann eben direkt in die Gasphase geht, wenn man es erhitzt. Das ist also ein Riesenvorteil. Beim Xenon muss man das als Gas mitnehmen. Da hat man dann große Druckgefäße, die man auf den Satelliten schnallen muss. Und da sind natürlich feste Treibstoffe, die man leicht in die Gasphase bringen kann, dann auch wieder von Vorteil. Gerade wenn man zu noch kleineren Satelliten geht, was im Moment angestrebt wird. Eine andere Möglichkeit, die ganz pfiffig ist, die auch viel mit Materialwissenschaft zu tun hat, ist, dass für Satelliten, die jetzt in erdnahen Orbits fliegen, wo es eben noch eine Restatmosphäre gibt, dass man aus der Atmosphäre wieder auftankt. Aber dann ist man natürlich an die Moleküle gebunden, die dort in der Atmosphäre vorkommen. Das sind dann hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff. Und das funktioniert? Also nur als Gedankenspiel oder auch im Gerät? Es funktioniert noch nicht ganz, aber viele Leute forschen da dran. Ein bisschen ist die Schwierigkeit, dass die Atmosphäre dort natürlich auch relativ dünn ist. Man muss das Ganze dann erstmal hoch komprimieren, sodass man so genug Treibstoffe auch hat, um den dann hinterher wieder nachzubeschleunigen. Aber prinzipiell geht das. Man kämpft noch ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten, aber auf dem Blatt Papier kriegt man das hin. Wir sind am Zentrum für Materialforschung. Jetzt würde mich noch interessieren, wie Sie zusammenarbeiten, wie Ihre Arbeitsaufteilung ausschaut. Wer also was jetzt in der Kollaboration organische Chemie mit Nanodiamanten und angewandte Physik mit Ionentriebwerken, wie das funktioniert? Ich fange vielleicht mal damit an, mit dem Problem, was man hat. Wenn wir einen neuen Treibstoff testen in einem Triebwerk, dann müssen wir die ganze Infrastruktur um das Triebwerk neu aufbauen. Das heißt, die Tanks, das Zuleitungssystem, das Heizsystem, um eben den Stoff in die Gasphase zu bringen, die Zuleitung. Wir müssen das dann testen. Wir haben alles in dem gleichen Gefäß, im Plasmagefäß, wo die Moleküle dann doch noch zerfallen können. Und das macht es eben auch schwer zu analysieren. Und wir brauchen eben eine gewisse Menge an Treibstoff. Das heißt, einen neuen Treibstoff zu testen, auf die klassische Art und Weise, direkt im Triebwerk, ist sehr zeitaufwendig und auch kostenintensiv. Das heißt, wie viel Zeit brauchen Sie da? Ja, ich würde sagen, ein, zwei, drei Monate dauert das schon, bis man alles aufgebaut hat und dann auch in Betrieb genommen hat und testen kann. Und da wollen wir eben eine Abkürzung finden. Und natürlich ist es auch für den Chemiker, der die Treibstoffe synthetisiert, erst mal sinnvoll, kleine Mengen zu synthetisieren und nicht gleich im Kilogrammmaßstab. Und wir haben eben etwas aufgebaut, womit wir jetzt auch kleine Mengen untersuchen können. Und in dieser Anlage, die es auch nur einmal in Deutschland gibt, ist es so, dass man eben ein bisschen was von dem Stoff verdampft, dass die Moleküle in der Gasphase vorliegen und die dann mit einem Elektronenstahl beschießt, dass sie eben ionisiert werden oder vielleicht auch unter dem Elektronenbeschuss zerbrechen. Dieses Fragmentieren ist das, was man dann vermeiden will. Und dann kann man die in einem elektrischen Feld mit einem Puls Richtung Detektor schießen, wo dann eben die schweren Teile später ankommen als die leichteren Teile. Also so eine Flugzeitmessung machen und daraus kann man dann die Massen analysieren. Und so einen Aufbau haben wir gemacht. Das heißt, wir packen da ein bisschen von der Substanz rein und dann können wir gleich sehen, wie sich das dann im Triebwerk verhält. Und dann kann man das iterativ aufbauen mit der Synthese und Abänderung der entsprechenden Moleküle, was dann der Peter Schreiner macht. Ja, also Peter Klar kommt zum Beispiel zu mir und sagt, das Molekül hat eine zu niedrige Investitionsenergie. Also man sollte eigentlich mehr Energie einsetzen müssen, um Elektronen rauszuschlagen. Was kannst du machen? Und dann weiß ich natürlich als Chemiker, wie ich beim Molekül genau diese Energie verändern kann durch Anbringen bestimmter Funktionen, die das dann beeinflussen. In dem Fall zum Beispiel mein Fluoratom. Produziere dann ausreichend eine Menge etwas für die Tests und dann später, wie er sagt, kommt er zurück und sagt, naja, das war zwar schön, aber das Ding ist zu labil, das ist zu leicht zerbrochen. Also muss ich mich wieder hinsetzen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fragen, wie können wir es stabiler machen und kommen dann in die nächste Iteration und sagen, wir müssen eben doch noch andere Muster, Funktionalitäten anbringen, um zwar die Ionisationsenergie so zu beeinflussen, wie das gewünscht wird, aber andererseits das Molekül auch wieder stabiler zu machen. Dann kommt die nächste Charge, geht auch wieder zurück und in der Hoffnung, dass das Klaasche Team dann sagt, ja, das war jetzt tatsächlich besser als das, was er vorher hatte und was wir bisher vorher hatten. Und so geht es im iterativen Prozess. In jedem Schritt lernt man was und am Ende ist natürlich die Hoffnung, dass wir das Material, den Treibstoff entwickeln können, der uns dann auch wirklich einen besseren Schub und eine bessere Anwendbarkeit verspricht. Dabei machen Sie ja auch theoretische Betrachtungen. Gibt es da sowas wie den idealen Treibstoff für ein Ionentriebwerk? Ja, also die Theorie hilft uns eher dabei, festzustellen, ob das, was wir aus dem Anführungsstrichen Bauch heraus über Moleküle wissen. Also ich stelle mir vor, ich bringe eine bestimmte Funktionalität an einem Molekül an und das hat folgenden Effekt und dann kann jeder Chemiker sich überlegen, was das bedeutet. Aber ganz sicher sein kann man sich nicht. Also besser ist es, das zu berechnen, bevor man sich die Arbeit im Labor macht. Die Berechnung dauert vielleicht ein paar Tage. Die Laborarbeit dauert mindestens ein paar Wochen im Regelfall. Und damit möchten wir eben einfach ausschließen, dass wir Dingen hinterherjagen, die am Ende dann doch nicht so ausreichend gut sind. Und dafür benutzt man eben auch sogenannte quantenmechanische Rechnungen, mit denen man genau diese Parameter, die hier hinterfragt werden, sehr gut berechnen kann und kann sich damit de facto Arbeitszeit ersparen. Jetzt sind Sie ja beide Mitglied im Zentrum für Materialforschung. Also wo kommt denn das Zentrum ins Spiel? Also die Methodiken, die Arbeitsweisen, die Netzwerke, wo docken Sie da an? Ich glaube, das Zentrum ist erstmal, dass wir uns überhaupt kennen, weil es gibt auch sicherlich viele Universitäten, wo Physiker und Chemiker nichts miteinander zu tun haben. Und wir haben eben über die Materialwissenschaften sehr viel miteinander zu tun. Viele gemeinsame Veranstaltungen, den gemeinsamen Studiengang, gemeinsame Forschungsprojekte, Ausbildungsprojekte, so dass wir uns eben auch sehr gut kennen und die Barrieren dann eben niedrig sind. Und das andere ist eben, dass es auch im Zentrum für Materialforschung viele gemeinsame Infrastruktur gibt, wie die Methodenplattform, die eben alle nutzen können und das auch relativ barrierefreier Zugang ist. Barrierefrei jetzt im Sinne, dass man nicht viel Erlaubnis dafür braucht, für eben die Doktoranden und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so dass man sehr gut zusammenarbeiten kann und sich die Sachen natürlich entwickeln. Also für mich ist das, neben der ganzen technischen Fragen, dass man Instrumente teilt, dass man Zugang zu Instrumenten hat, ist es die intellektuelle Stimulation durch meine Physikerinnen, Physiker-Kollegen. Einfach deshalb, weil, ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, Physiker ein unglaublich gutes theoretisches Verständnis von der Welt haben und die Chemiker sind eher die Praktischen und gleichzeitig natürlich Physiker extrem gut dabei sind, Dinge zu messen und sehr genau zu bestimmen. Chemiker, die sind sehr gut dabei, Moleküle zu verstehen und die auch zu bearbeiten, aber sie können sich natürlich vorstellen, dass die Symbiose aus den beiden, die ist wunderbar. Es ist ein bisschen anstrengend, weil die Sprache ist manchmal eine andere. Wir sind uns zwar als Naturwissenschaften sehr nah, viel näher als mit anderen Disziplinen, aber trotzdem dauert es eine gewisse Zeit und man braucht eine gewisse Energie auch, um diesen Gesprächsfaden immer wieder aufzunehmen und fragen, Mensch, meinst du das hier oder das hier? Und vieles erscheint in einem ganz anderen Licht, wenn man dann eine Frage von einem Physiker kriegt, warum machst du das überhaupt so? Und dabei habe ich schon viel gelernt. Vielleicht zwei Sachen zum Ausklang dieses Podcasts. Einmal, was ist denn der aktuelle Stand der Ionentriebwerke mit Nanodiamanten? Wo stehen wir jetzt und heute? Wir sind noch in Iterationsschleifen, aber es wird besser. Was ist Ihre Prognose oder Ihre Einschätzung auf das Projekt, zum Projekt? Das ist natürlich immer schwer vorherzusagen als seriöse Wissenschaftler, aber sagen wir mal so, die Hoffnung ist schon, dass wir etwas finden, was deutlich besser als sehen und sein wird. Wann fliegt der erste Satellit mit Nanodiamanten? Es ist jetzt gerade der erste Satellit mit Diode als Treibstoff geflogen. Das heißt, ein zweiatomiges Molekül. Wir haben, was haben wir, 16 plus. Also insofern, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir dran sind. Ich glaube, das kann man nicht so einfach sagen. Es ist wirklich auch gerade in der Raumfahrt, die bis vor kurzem sehr konservativ war, setzen sich neue Dinge eben auch nur schwer durch. Das wird jetzt auch besser mit New Space und den ganzen vielen kleinen Unternehmen, die auch dort einsteigen in die Raumfahrt, in die Satellitentechnologie, sodass es an materialwissenschaftlichen Fragen nicht mangeln wird. Und da werden dann sicherlich auch die Treibstoffe dazugehören und dann wird es vielleicht auch noch mal mehr Antrieb für diese Forschung geben in dieser Richtung. Was fehlt, was braucht es, was würden Sie gerne noch erfinden? Wie? Naja, wenn wir die Probleme unserer Zeit angucken, die sind einfach sehr vielfältig. Mit jeder Kleinigkeit, die man erfunden hat und die funktioniert, ist super. Ich meine, die großen Dinge sollte man sich vielleicht gar nicht vornehmen. Bei mir wäre es, glaube ich, eher was Kleines. Irgendwas, was das Leben besser macht. Ja, es ist jetzt die Frage, ob ich diese Frage seriös beantworten soll als Wissenschaftler oder als ein bisschen Träumer. Also wenn ich träumen dürfte, dann wäre es natürlich eine Zeitmaschine. Nicht, um die auszunutzen in irgendeiner negativen Art und Weise, sondern einfach, um zurückzufliegen in eine Zeit, als Beethoven die Neunte geschrieben hat und die erst mal zu hören, solche Dinge. Das wäre wunderbar. Auf der eher seriösen Ebene. Ich muss da bei den Leisten bleiben, die Peter Klar ja auch schon eingeschlagen hat. Was Kleines wäre, wäre schon ziemlich gut, was ein großer Schritt für uns wäre. Die noch bessere Nutzung von Sonnenlicht für Energiefragen. Letztlich müssen wir in der eine Art, Art und Weise die Sonne nutzen für unsere Energieprobleme. Ein paar gute Prozent mehr in der Solarenergienutzung würde schon einen unglaublichen Sprung bedeuten und das ist nicht unrealistisch, dass wir da deutlich besser werden. Okay, vielen Dank. Die Forschung geht also spannend weiter und nimmt immer neue, faszinierende Wendungen, insbesondere etwa dann, wenn verschiedene Disziplinen, etwa von Chemie und Physik, sich in den Materialwissenschaften treffen und Neues entsteht. Damit sind wir auch wieder beim Podcast-Projekt. Ihr hört den Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Diese und bald weitere Folgen könnt ihr abspulen über die Homepage des ZFM unter www.uni-gießen.de slash ZFM und über die Podcast-Plattformen von Spotify und Apple und Google. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren, Feedback und Rückmeldungen gern an die E-Mail-Adresse info at lama.uni-gießen.de So danke ich fürs Zuhören und Dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer, Peter Schreine, Peter Klar und an der Technik, also am Mischpult Thomas Leichtweiß. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Materials World Der Podcast des ZFM Untertitelung des ZDFM 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 Untertitelung des ZDFM